So, Frank Peter, der ist wieder unterwegs. Das nächste Event. In Pfingsten fährt man Bimbach. Rhön-Marathon in Bimbach bei Fulda in der Rhön. Und heute ist die RTF-Runde. Ich habe mir da die Tour 4 ausgesucht mit 159 km. Kann man dann kombinieren mit dem morgigen Marathon, dass man auf 400 km kommt. Dieses Jahr zum Jubiläum gibt es sogar eine 300 km Strecke. Aber die habe ich jetzt mal beiseite gelassen. Wir langen die 400 km. Weil nächste Woche muss ich ja nach Schweden. Da habe ich auch noch mal 300 km vor mir. Wir wollen ja nicht übertreiben. Heute erstmal zum Einrollen die RTF 160. Und morgen hoffen wir mal, dass alles gut geht. Die RTF Cock passiert hier. Pelloton Pelloton Ich häng mich glaub ich mal ran Schwer ich mich wei das wir 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 ihr wir 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020